Lieber Henk, am Samstag findet ja die bundesweite Aktion statt, Tag des offenen Rennstalls und du bist einer der Protagonisten hier in Weidenpesch. Kannst du denen dein Rennpferd teilhabern, die eventuell planen hier den Renntag zu besuchen, mal was zum Ablauf sagen? Ja, bei mir im Stall sind zwei Führungen, ich glaube um neun und um elf mit jeweils 30 Personen. Ja, die werden einen Lot mit anschauen und ich werde ein paar Dinge erklären und ein bisschen was zu essen und zu trinken wird es auch geben und das war es immer schon. Fantastisch, dann mach ordentlich Werbung für Panos, an dem kann man sich ja noch bis Ende Mai beteiligen und dann wünschen wir natürlich allen deinen Rennpferd teilhabern am Samstag viel Spaß.